Musik So, damit sich die Gemüter wieder etwas beruhigen, zeige ich doch noch einen kleinen Ausschnitt hier von meiner Anlage. Ja, so, ich muss noch mal was loswerden. Also in der letzten Zeit erreichen mich so manche Kommentare, wo ich sage, was soll das? Also wenn ihr sowas schreibt, dann überlegt doch mal, was ihr schreibt. Nämlich diese Kommentare kommen meisten von denen, die keine eigenen Videos ins Netz stellen. Also erst ein Video zeigen, was ihr so drauf habt, dann könnt ihr schreiben, was ihr wollt. So, dann sage ich Tschüss, Bye Bye, See you later, Bye Bye, Tschüss.